Mama sitzt schon extrem auf heißen Kohlen ich sag's euch, bevor Tante Tatjana ihr süßes kleines Baby rauspresst möchte sie eigentlich nochmal zu ihr nach Hannover düsen, leider darf Tatjana kein Wein trinken und deshalb wird sie sich wohl mit Elias und Marcel einen hinter die Birne kippen müssen, aber Moment ma, Marcel trinkt doch überhaupt keinen Alkohol, ja dann, dann muss sie wohl alleine trinken aber wer weiß, vielleicht möchte ja Cosmo ein Gläschen mit ihr schlürfen der ist ja schließlich alt genug, ach ne warte ma, der Arme hat doch eine Herzkrankheit also auch keine gute Idee, ich glaube die Ladies sollten warten bis das Baby auf der Welt ist, dann ist es auch wärmer und sie können sich ganz genüsslich und in Ruhe ein Weinchen hinter ihre Butterbirnen kippen, oh man ich glaub es einfache nicht, ich als arme kleine Katze muss mir Gedanken darüber machen, wie meine Menschen sich am besten Alkohol reinballern können, ich bin doch noch minderjährig, naja wie dem aus sei, die beiden Frauen haben sich schon eine Weile nicht gesehen und freuen sich mega doll auf ein Wiedersehen, sei ihnen gegönnt, Tatjana ich wünsche dir alles Gute und Passe auf dich auf, vergiss mir bitte nicht meine Schmeckis mitzugeben, nur zur Information, wir sind jetzt zu dritt also mach mal was locker, Kuss auf die Nuss, hab dich lieb, Vuminator Out.